Musik Hi guys, wir waren für zwei Wochen in der USA in Michigan and Arbor. Die Menschen sind sehr, sehr nett. Alles war größer. Ich fand das voll cool. Sehr viel Ball in Thierberg. Wir waren bei einer Kirche und haben alten Leuten geholfen. Es hat schon Spaß gemacht. Wir durften auch in den Unterricht mit rein. Es war so eine, ehrlich, so eine coole Erfahrung. Deine Kultur hat mich wirklich fasziniert. Einmal waren wir in Detroit. Im Motown Museum. Auch in der Ford Fabrik. Ich würde es auch jedem empfehlen, so etwas zu machen. Musik